Bei meinem neuesten semi-abstrakten Gemälde ging es mir auch um die Kreation einer optischen Tiefe. Ich wollte auf diese Weise eine Art Sogwirkung auf die Betrachtenden ausüben. Die Betrachtenden sollen Bestandteil meines Bildes werden und sich mit den abstrakten Vögeln frei und voller Lebenslust in die Lüfte erheben. Generell finde ich es sehr faszinierend, mit ein paar Tricks auf einer Leinwand mit zwei Dimensionen optisch drei Dimensionen darzustellen. Ich will hier kurz auf ein paar Möglichkeiten, wie ich diese Illusion von Tiefe in einem abstrakten Bild erzeugen kann, eingehen. Im Bildvordergrund arbeite ich mit reinen, leuchtenden und warmen Farben und viel Struktur. Die Farben werden, wenn diese in den Hintergrund wandern, blasser und kälter, meist bläulicher. Man spricht hier auch von Verblauung. Auch die Strukturen werden weniger. Ich arbeite mit vielen Schichten, die ich teilweise wieder abnehme oder in die ich zum Beispiel mit einem Kamm- oder Pinselstiel Linien ziehe um so unsere Schichten wieder freizugeben.